Herr Trojenhoff, können Sie ein paar Sätzen beschreiben, worum es in Ihrem neuen Roman Eistau geht? Ein Mann Anfang 60 verliert das Subjekt seiner Leidenschaft, nämlich ein Gletscher in den Alpen. Er ist Gletscherforscher, hat sich ein Leben lang mit diesem Gletscher beschäftigt und eines dieser heißen Sommer stirbt dieser Gletscher. Und der Mann gerät in eine große Lebenskrise, Sinnkrise, die sich dann ausweitet in eine grundsätzliche Skepsis, was unsere Wirtschaftsweise und Lebensweise angeht. Und aus dieser Krise wird er herausgeholt durch einen Auftrag, der in die Antarktis führt. Er unterrichtet Touristen auf einem Kreuzfahrtschiff und in der Antarktis, angesichts dieser unberührten Landschaft, dieser endlosen Eiswelten, wird er wiederbelebt und schöpft wieder Mut und Hoffnung, auch weil die Antarktis noch geschützt ist, weil sie von Menschen noch nicht ausgebeutet ist. Wie sahen denn die Recherchen zu dem Buch aus? Ist es denn tatsächlich noch nicht zu spät? Ist das Ihre Erkenntnis aus den Recherchen? Also die Recherchen waren extrem intensiv, weil ich zum einen mich mit sehr vielen Gletscherforschern getroffen habe, Klimaforschern. Ich war zweimal in der Antarktis, vor drei Jahren zu Beginn und dann letzten Dezember, um nochmal zu überprüfen, ob alles stimmt. Es ist so, dass wenn man sich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt, man tatsächlich ein wenig depressiv werden könnte, weil die Lage ziemlich düster ist. Andererseits ist aber auch so, dass alle Spezialisten einem sagen, dass es ein so komplexes Feld ist, dass man vieles nicht vorausberechnen kann und dass vieles trotz unserer enormen wissenschaftlichen Fähigkeiten noch nicht richtig analysiert und erfasst ist. Deswegen ist es mit Sicherheit zu früh zu sagen, wir können einen destruktiven Klimawandel nicht mehr stoppen. Es wird mit Sicherheit enorme Folgen geben, vor allem für Menschen in bestimmten Teilen der Welt, aber wir können mit Sicherheit noch was tun. Kann denn ein Buch einen Beitrag dazu leisten? Kann Literatur das? Mit Sicherheit. Denn das Einzige, was ja tatsächlich den Lauf der Geschichte verändert hat, waren ja Ideen. Ideen haben Menschen dazu bewogen, ihre Welt anders zu sehen und aufgrund dieser geänderten Wahrnehmung anders zu handeln. Und Romane sind ja im besten Fall nichts anderes als Ideen, die in Geschichten verkleidet sind. Zum einen. Zum anderen ist es ja so, dass wenige Leute Lust haben, sich mit einem komplexen, anspruchsvollen und oft dann auch düsteren Sachbuch zu beschäftigen, oder gar Wissenschaftsbuch. Während natürlich ein Roman ein komplexes Thema hineinschmuggeln kann in das Desinteresse oder in die Unwilligkeit des Lesers. Und insofern, Geschichten sind schon das beste Mittel, sich auch mit ernsten Themen zu beschäftigen. Es ist aber auch so, dass dieses Buch von Anfang an ein Roman war. Es war von Anfang an die Geschichte eines Mannes, eines einsamen Mannes, der voller Leidenschaft, aber auch voller Zornes. Und insofern hatte ich gar kein Interesse, in irgendeiner Weise von diesem Mann mich wegzubewegen, sondern ich wollte die Geschichte, die dieses Mannes näher kennenlernen. Was haben Sie denn mit diesem Protagonisten gemeinsam? Ich glaube sehr wenig. Das Spannende an Literatur ist ja, dass man sich Figuren überlegt, die gerade nicht eine Fortsetzung der eigenen Persönlichkeit sind. Das macht eigentlich das Romanschreiben spannend und es ist ein Mann, der mir eigentlich in sehr wenigen Punkten anspricht. Was hat es eigentlich so interessant gemacht für Sie, dass das Buch auf einem Schiff spielt? Das Schiff ist natürlich das schönste, was es gibt für ein Auto. Es ist ein abgeschlossener Ort. Es ist eine klar umrissene Zahl von Figuren, Akteuren. Es ist eine klare Reise, Aufbruch vom Hafen und Ziel an anderer Hafen oder vielleicht auch keine Rückkehr. Und es ist in diesem Fall sehr realistisch ein Abbild der gesamten Menschheit. Denn Sie haben auf diesen Kreuzfahrtschiffen eine Mischung von einer Führungselite, die aus Westeuropa kommt. Sie haben Techniker, die aus den aufstrebenden Staaten wie Indien und Brasilien kommen. Und sie haben eine Mannschaft, die überwiegend aus den Philippinen kommt. Und ein Publikum, das aus 48 überwiegend wohlhabenden Staaten zusammengewürfelt hat. Das heißt, sie haben wirklich fast die ganze Menschheit auf so einem Schiff. Das ganze Buch, finde ich, führt einen letztendlich auch zu einer mittlerweile uralten Frage. Gibt es eigentlich ein richtiges Leben im Fallschirm? Ja, das hat natürlich bisher noch nie jemanden beantworten können. Das spannender wird sie jetzt. Genau. Deswegen ist die Frage ja so ein Evergreen. Ich denke mir, dass es heutzutage noch schwieriger war als früher, weil es früher eher möglich war, dass man sich aus der Gesellschaft verabschiedet. Es gibt den großen amerikanischen Autor und Denker, Thoreau, der ja wirklich eines Tages gesagt hat, mich interessiert nicht, was er alles macht. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Ich ziehe mich zurück, baue mir eine Blockhütte und brauche die Gesellschaft nicht. Das ist natürlich bei einer Menschheit, die im Jahre 2050 wahrscheinlich neun Milliarden Mitglieder haben wird, schlichtweg nicht möglich. Im Gegenteil. Es ist ja interessanterweise so, dass die Großstädte viel mehr Potenzial haben, ökologisch organisiert zu werden als einzelne Gehöfte. Weil man natürlich in den Großstädten, wenn man tatsächlich eine Umgestaltung der Wirtschaft und des gesellschaftlichen Miteinanders vornehmen würde, natürlich enorme Effizienzsteigerungen möglich sind. Also insofern denke ich mir, führt kein Weg daran vorbei, dass wir das ganze System ändern müssen und nicht einzeln irgendwie in den Urwald verschwinden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.